Es ist gut, dass ihr es jetzt findet. Ich höre, mein Tinnitus ist so stark. Hier in der Stille. Ich bin lieber in der Stadt, wo es Autos gibt und Pipel und Zeug und Geräusche. Da fällt er mir nur nachts auf. Aber hier höre ich ihn eigentlich immer. Da fahre ich auch ganz gerne Auto. Oder schaue Movies. Die Nothingness ist eben auch ganz schön laut für mich. Die Nothingness ist eben auch ganz schön laut für mich. Das war's. Was ist jetzt hier?